Musik Cool, dass ihr alle da seid. Es geht wieder los. Ich lese euch jetzt einmal hier die Handlungshilfen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard vor. Betreffend szenische Darstellungen. Auf der Proben- oder Szenenfläche agierende Personen, die bewegungsintensiv tanzend, exzessiv sprechend oder singend eine Rolle proben oder darstellen, haben einen Abstand zu anderen Personen von mindestens 6 Metern einzuhalten. Wie sollen wir denn Szenen miteinander spielen, wenn wir keine 6 Meter, also 6 Meter Abstand, wie soll das denn gehen? Wenn sie jetzt hier ihre hohen Töne pfeift, wie sollen wir dann Amy hören? Ich glaube, am besten probieren wir das einfach mal aus. Ich habe hier schon mal Maßball. Also das sind jetzt noch nicht mal 6 Meter. Also hier sind wir jetzt bei 6 Meter. Also hier müsst ihr stehen und mit dir ein Liebesdreiz. Von da bis da sind 6 Meter? Bariton zu sein bedeutet, dass man die beste Stimme in der Oper ist. Das ist schon mal sehr schön. Also Pran ist halt schon eher nervig. Anstrengend. Anstrengend. Die Metzi und die Altistin, das ist dann entweder Jungs oder Mütter oder Hexen. Und dann kann natürlich ein bisschen Neid entstehen, ist klar. Das ist alles da vorne. Das ist dann alles gesperrt. Die Bässe laufen so ein bisschen außer Konkurrenz. Die sind natürlich so die Schwergewichte in der Oper. Die Bässe finde ich super cool. Ich kann einfach in meinen Sportklamotten hier so auf die Probe kommen. Und alle lieben mich trotzdem. Wenn solche Leere dich erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Also szenisch müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir Pamina mit in die Szene reinnehmen. Das ist, wenn wir sagen, drei Meter zu Pamina. Was ist, wenn ich da stehe und ich singe in diese Richtung? Muss es dann immer noch sechs Meter sein? Wenn ihr euch direkt ansingt, ne? Dann genau. Lukas, musst du da stehen und darfst keinen Schritt weiter nach vorne. Ja, das ist natürlich so nervig, ne? Also das muss man einfach so sagen, wie es ist. Wie willst du denn interagieren, nicht wahr? Also im Film mag das vielleicht klappen, hier bei euch. Aber wie willst du denn ein Liebespaar sein, wenn du weg bist? In Fernbeziehungen klappt es ja meistens auch nicht. Ja, nee, das klingt auch scheiße. Was auch so unfair ist, ist, dass man mit dem Flieger fliegen darf. Und da sitzen die alle da wie so Fisch im Fass. Wir sollten mit sechs Meter Abstand. Also das ist doch Quatsch. Okay. Also dann machen wir doch jetzt mal diese Dreiernummer. In dieser Krise, wir brauchen mehr Kunst. Aber es ist auch vielleicht ein Challenge. Wir müssen eine andere Richtung probieren. Open Loft war natürlich dafür bekannt, dass man natürlich die Nähe sucht. Und jetzt, das wird einfach super spannend. Man muss dann halt alles sehr streng umdenken. One-Woman-Show zum Beispiel, ja? Mein Kalender ist frei, ne? Okay, Leute, dann lasst uns doch einmal hier die Abschlussszene mit allen fünf machen. Ihr könnt entweder so singen, dann können wir drei Meter hinter euch Publikum haben. Gut, jetzt haben wir alle sechs Meter zwischen euch. Das heißt, ihr könnt euch alle ansingen. Die Musik kann halt etwas, was einfach nichts anderes in der Welt kann. Und wenn man es schafft, in der Oper diese Nähe wieder auf der Bühne zu kriegen, also nur mit Musik, ja, das ist natürlich fantastisch. Wie nennt man das Wort? Live. Live. Ja, ich finde es gut. Also, dann machen wir es für uns. Ihr seid super zusammen. Es klingt toll im Raum. Und dann machen wir es ohne Publikum. Und dann machen wir es für uns.